Bismillahirrahmanirrahim Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, haben wir dir nicht deine Brust aufgetan und dir deine Last abgenommen, die deinen Rücken niederdrückte und dir dein Ansehen erhöht. Also gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung. Gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung. Wenn du nun fertig bist, dann strenge dich an. Und nach deinem Herrn richte dein Begehren aus.